Du möchtest eine kostenlose Aktie oder einen Aktienanteil im Wert von bis zu 200 Euro einfach so geschenkt bekommen? Das klingt zu schön, um wahr zu sein, aber es ist tatsächlich möglich, denn Marketing macht es möglich. Ich habe eine Plattform gefunden, die erstens sehr seriös ist und die dir zweitens tatsächlich eine Aktie von bis zu 200 Euro wert ganz einfach so schenkt. Allerdings musst du ziemlich schnell sein, denn das Angebot ist nicht mehr lange gültig und ich zeige dir in diesem Video ganz genau Schritt für Schritt, wie du an deine kostenlose Aktie kommst, um direkt durchzustarten, auch als kompletter Anfänger beim Investieren mit Aktien. Hallo, hier der Steve von Geniale Geld Ideen. Heute mit einem kleinen Aktien Quickie, wenn man so will. Gerade für Anfänger ist es ja immer nicht ganz so einfach einzusteigen und sich zu überlegen, brauche ich ein Depot, was für eins soll ich nehmen, wie investiere ich überhaupt in Aktien und dann musst du natürlich Geld einsetzen und meistens eine ganze Menge. Ich habe eine Plattform gefunden, die es dir ermöglicht, wirklich kostenlos eine erste Aktie oder einen Teil, einen Anteil an einer Aktie zu bekommen und zwar wirklich als Geschenk und zwar im Wert von 5 Euro bis 200 Euro rein zufällig ausgewählt. Wenn du deine persönliche Aktie abrufen willst, darfst du aber nicht zu lange warten, denn das Angebot ist nicht mehr lange gültig. Ich zeige dir jetzt ganz genau, wie das Ganze funktioniert. Wenn du Spaß hast am Smart Investieren und natürlich auch am Online Geld verdienen, schau dir gerne meine anderen Videos hier auf dem Kanal an. Ich freue mich super natürlich über jeden Like von dir und natürlich erst recht über ein Abo, denn dann verpasst du grundsätzlich zukünftig nichts mehr auf diesem Kanal. Also, es geht um folgende Webseite, nämlich Bitpanda. Bitpanda, kennen vielleicht einige von euch, ist eine Plattform, auf der du normalerweise ursprünglich Kryptowährungen, also Bitcoin, Ethereum und Co. handeln konntest, in Edelmetalle, Gold, Silber und Co. investieren konntest. Aber seit kurzem gibt es da auch die Möglichkeit, in Aktien zu investieren. Also im Grunde so ein bisschen wie bei einem Depot bei deiner Bank, nur viel, viel einfacher und du musst keine ganzen Aktien kaufen, sondern kannst auch, wenn du nur wenig Geld hast, beispielsweise einen Aktienanteil kaufen, sodass du eine Amazon-Aktie nicht komplett kaufen musst, wenn du gerade keine 2500 Euro übrig hast, sondern auch nur 5 Euro oder 10 Euro beispielsweise investieren kannst. Und weil Bitpanda gerne Werbung machen möchte, für diese neue Möglichkeit auch in Aktien über diese Plattform zu investieren, gibt es ein aktuelles Angebot. Du hast nämlich die Möglichkeit, eine erste Aktie komplett kostenlos im Wert von 5 Euro bis 200 Euro gratis zu kriegen. Und außerdem hast du zusätzlich noch die Chance, wenn du das machst, hierauf, auf ein niegelnagelneues Tesla Model 3. Das ist natürlich nicht garantiert, aber garantiert ist definitiv diese kostenfreie Aktie. Bitpanda ist ein österreichischer Anbieter. Das heißt, sie sind reguliert, sind ein zertifiziertes Zahlungsinstitut und absolut seriös. Ich bin seit sehr langer Zeit dort schon investiert, wenn es um das Thema Kryptowährungen geht und habe auch meine eigene erste kostenlose Aktie bekommen. Und ich zeige dir jetzt, wie du das anstellen kannst, wenn du selber eine Aktie quasi geschenkt bekommen willst. Natürlich möchte Bitpanda damit neue Mitglieder für die Plattform generieren, aber das ist ja grundsätzlich auch nichts Schlimmes. Also, was musst du machen? Wenn du noch gar keine Erfahrung hast, noch kein Kunde bei Bitpanda bist, dann machst du ganz einfach folgendes. Du hast die Möglichkeit, wie gesagt, hier zu investieren. Du musst 25 Euro auf dein Konto einzahlen, also da auch keine 2.000 bis 4.000 Euro, wie bei irgendwelchen komischen, dubiosen, ausländischen Brokerfirmen oder Tradingangeboten, sondern du zahlst einfach und zwar kostenlos ohne Transaktionsgebühren von deinem Bankkonto 25 Euro ein und schon kannst du loslegen und kannst in Teile von deinen Aktienlieblingsunternehmen für nur einen Euro investieren. Wie kriegst du jetzt deine kostenlose Aktie? Ganz einfach, du meldest dich kostenlos an. Ich habe einen entsprechenden Link unten in die Videobeschreibung reingepackt. Du musst dich einmal legitimieren, denn wir befinden uns hier im Bankenumfeld. Das heißt, du musst natürlich deine Identität bestätigen, indem du deinen Personalausweis da hochlädst. Dadurch wird dein Bitpanda-Konto verifiziert. Dann musst du eine Einzahlung getätigt haben. Fiat hat nichts mit Autos zu tun, sondern das ist einfach eine normale Währung, also eine Geldwährung, zum Beispiel Euro. Das heißt, du kannst da ein paar Euro einzahlen. 25 Euro beispielsweise ist ein ganz guter Betrag. Dann akzeptierst du automatisch die Geschäftsbedingungen, die dir ermöglichen, auch in Aktien bzw. Teilaktien zu investieren. Und dann kriegst du automatisch in dein Depot eine zufällig gewählte Teilaktie im Wert zwischen 5 und 200 Euro auf dein Konto gutgeschrieben. Wichtig ist, das Ganze läuft nur noch bis zum 13. Mai um 23.59 Uhr. Das heißt, wenn du dabei sein willst, solltest du wirklich, wirklich schnell sein. Es ist ein sehr, sehr seriöser Anbieter. Du kannst jederzeit dir das Geld von deinem Konto wieder auszahlen lassen. Du kannst mit einem Mausklick investieren. Auch, wie gesagt, Kryptowährungen handeln. Ich bin da super begeistert, weil es einfach einfach ist. Und gerade für Anfänger, die schon sich schwer tun, ein Portfolio aufzubauen und in irgendeinem Depot sich zurechtzufinden, ist das wirklich sehr, sehr leicht. Wie funktioniert das Ganze? Du musst, wie gesagt, einfach dich nur einmal anmelden. Das machst du, indem du oben über Jetzt loslegen gehst. Und dann registrierst du dich und findest dich dann in deinem Portfolio wieder, in deinem Account. Das hier ist jetzt mein Account. Du siehst hier oben deinen eigenen Account mit zum schönen Panda-Bären. Und hast dann die Möglichkeit, eben Geld einzuzahlen. Das machst du hier über den Button Einzahlen. Und ich bin schon mal in meiner Portfolio-Übersicht im Bereich Stocks. Also da sind die Aktien. Und ich habe, wie gesagt, bisher nur in Kryptos investiert bei Bitpanda. Und habe jetzt hier dann kostenlos eine Nike-Aktie im Wert von 5 Euro bekommen. Und habe mittlerweile, das ist ein paar Tage her, schon 2,2% Gewinn gemacht. Ich habe da auch nicht zusätzlich was investiert. Und habe jetzt eine Aktie, die schon mal 5,11 Euro wert ist. Und das Schöne ist, es ist wirklich alles super übersichtlich. Wenn du hier draufklickst, dann siehst du jeweils den aktuellen Kurs. Du hast eine Information über das Unternehmen, in das du investieren möchtest. Selbst auch. Und hast hier sogar eine Übersicht, einen Überblick, ob momentan Analysten empfehlen, diese Aktie zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen. Ganz normal die Informationen, die du auch bei jedem anderen Unternehmen an der Börse findest. Die Volatilität, das 52 Wochen Tief und Hoch, Tageshoch, Tagestief. Und die Marktkapitalisierung. Also alles das, was du so benötigst, um zumindest eine grobe Einschätzung zu tätigen, in welches Unternehmen du denn hier investieren möchtest. Bei mir ist es, wie gesagt, meine kostenlose Aktienwert von 5 Euro Nike gewesen. Welche es bei dir sein wird, das weißt du natürlich nicht, aber du kannst dich ganz einfach überraschen lassen. Also warte nicht zu lange und nutze, wenn du möchtest und wirklich kostenlos eine Aktie kriegen willst. Und darüber hinaus natürlich in jede andere Aktie auch investieren kannst. Meinen Link, den du unten findest. Eine Sache solltest du vielleicht noch wissen. Du kannst, das ist die einzige Einschränkung, wenn du über Preise gehst, hier nicht in sämtliche Aktien, die es irgendwo auf der Welt gibt, investieren. Wenn wir hier in den Bereich Aktien mal reinschauen, dann sind das halt nicht alle, aber es kommen täglich neue hinzu. Und das sind tatsächlich die größten Unternehmen, die es da so gibt. Amazon beispielsweise, wo eine Einzelaktie normalerweise momentan 2700 Euro kosten würde. Du kannst in Google, Alphabet investieren, Facebook, Tesla, Alibaba, also alles das, was wirklich spannend ist. Walt Disney, die sich relativ gut erholt hatten nach dem Einbruch letztes Jahr im Frühjahr. PayPal, also wirklich, wirklich die Großen, die gerade auch für ein entsprechendes Portfolio, was auf Dividenden basiert, sicherlich ganz spannend sind. Weil sie in der Regel verhältnismäßig stabil sind, wie beispielsweise PepsiCo oder McDonalds oder Royal Dutch Shell oder Unilever. Also das sind so Werte, mit denen man normalerweise agiert, wenn du dir ein Dividendenportfolio aufbauen möchtest. Und das ist das Schöne dabei. Du kannst zwar nicht in jede Aktie investieren, aber in die interessantesten für mich. Und du kriegst, auch wenn du nur in einen Teil des Unternehmens investierst, also nicht 262,40 Euro bezahlst für Volkswagen, sondern für lediglich 10 Euro eine Aktie beispielsweise kaufst, kriegst du trotzdem die Dividende, die damit ausgeschüttet wird. Also vielleicht eine Überlegung wert, zusätzlich selbst nochmal zu investieren. Also meine Empfehlung, wenn du die Möglichkeit hast und ein paar Euro übrig hast, registriere dich und nutze deine Chance auf eine kostenlose Aktie, die du tatsächlich ganz einfach so geschenkt bekommst. Ich würde mich freuen, wenn du in den Kommentaren dieses Videos erläuterst, was du von dieser Idee hältst und ob dieser kleine Aktienquickie dir etwas gebracht hat, gerade wenn du vielleicht noch nicht so tief im Investmentthema unterwegs bist. Und das war es schon wieder für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal und empfehle mich gerne auch allen anderen in deinem Bekannten- und Verwandtenkreis, die Lust darauf haben, smart zu investieren und im Internet online Geld zu verdienen. Wenn du auf die Glocke klickst, dann verpasst du auch zukünftig keine neuen Videos mehr hier auf diesem Kanal. Das war es für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Der Steve von Geniale Geldideen. Bis zum nächsten Mal.